Moment mal, ein neues Video über Mbappé? Hallo, Transfermarkt! Okay, Kilian ist schon mal da, sehr gut. Und wer noch? Du, du! Nee, komm, im Ernst jetzt. Okay, es geht um Real. Hallöchen, Transfermarkt! Mal wieder. Mann, bitte, Real, kauf den doch jetzt endlich mal! Ja, ja, wir sind in guten Gesprächen, keine Sorge. Na, wenn euch da nicht noch jemand dazwischen grätscht, was, Real? Wer hat dich denn nach deiner Meinung gefragt, Barca, ha? Naja, ich mein' ja nur, wir sind auch interessiert. Aha. Wie wollt ihr den Transfer bitte stemmen? Ähm, mit Geld? Und woher bitte? Na, von unserem neuen Sponsor Spotify. Spotify? Die Musik-App? Genau, ja. Gut, erst mal zu Apple Music wechseln. Das wär'n Ding, wenn der Kilian jetzt noch zu Barcelona wechselt. Nächster Transfermarkt! Die Butter lassen uns nicht mehr vom Brot nehmen. Hier geht's aber nicht um Butter, sondern um Mbappé, du Vogel. Vielleicht bleibt er aber einfach auch hier in Paris. Schon mal daran gedacht? Leute, Leute, lassen wir doch einfach den Kilian entscheiden. Ja, genau, lassen wir den Kilian entscheiden. Damit bist du gemeint, Kilian. Oh, ach so, äh, ich weiß es noch nicht. Ah, wie ich dieses Transferdrama hasse. Ich weiß es noch nicht.